Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bioshock in Final oder Infinite Daryl at Sea Episode 1 oder auf deutsch das ganze Seelbestattung Episode 1 und wir müssen jetzt hier die Läden durchsuchen nach einer Maske, nach diesen Einladungsmasken. Invitations to Cohen Shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Good day to you, sir. The most important discovery about the future. These slugs, the incredible invertebrates that led to the creation of... La 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 la. Nah. So, it's supposed to be a bit of iron here. I can't be sure what you think. The assurances of a grave robber are of no interest. Cohen sends those masks out in some kind of box. If you hand the ring back, the matter will remain between you and me. I'm sure I don't want this trash. I don't need you. Hit the bricks, you tramp. Damn. Must be somewhere else. Get your hands off me! Alter! Aufs Maul! Hm. Maybe it's best, if we were gone, when he wakes up. Any luck? Nothing. Let's find another shop. Where should we look next? Upstairs, where the artist is struggling or rapture records straight ahead? Das ist der Klauenbauer. So, wo ist der andere Laden? Ach, das ist bestimmt der da hinten. Rapture Records, oder? Genau, genau. So, mal gucken, ob hier ein Messchen für uns drin ist. Well, hallo. Siehst du das Kuchen, das ich mitgebracht habe? Willst du ihr den Start-Treatment-Panel? Dann wird es für deine Zeit wertvoll. Natürlich, sofort. Was ist dieses Stück? Es ist von Triné, aber natürlich, die Kürze von Mr. Robert. Das ist lustig. Was macht ihr da? Ich will es gar nicht wissen. Nichts. Kannst du es aufhören? Oh, nur ein Platz bleibt. Oh, es ist so enttäuschend. Oh, wie ein Masculin. Oh, ja. Man fühlt sich die Urge, zu übernehmen. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Auch eine weitere Note wird meine Unglösung prüfen. Ach ja, ach ja. Hat sie mit den Reizen der Frau gespielt. Ja, sowas. Ich suche das Artist's Truggle. Ach, da hinten ist das. Okay. Dann wird die Maske sich jetzt wohl dort befinden. Lalalalalalala. Oh. Ach du Scheiße, der ist das. Interessant, nicht wahr? Der Original Sander Cohen. Er nennt sie Miasma. Ich bin sorry, aber... Ich kenne etwas über Kunst. Wie macht es dich fühlen? Scheiße, jetzt bin ich noch versoffen. Ich sehe nichts. Alter, wird man wieder nüchtern hier. Da hinten hab ich doch die Box gesehen. Gibt ja sonst noch irgendwo was rum? Oh, es ist so schön. Oh, es ist so schön. Ich werde hier an deinem Service sein. Bis morgen. Gut. Ich habe die Maske gelegt. Die dritte Mal auf den Chart. Okay. Es ist besser, dass wir zurück nach Coen zu gehen. Naja, da geh ich ja schon hin. Nochmal locker bleiben. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg zu Santa Claw. Kau ein Stück von Arbeit zurück mit diesen Schrauben. Du hast ein bisschen auf den Griftern. Für das kannst du meinen Vater bedanken. Oh ja? Er war ein Mann, mit einer verschiedenen Räumen. So. Mal gucken, ob er uns jetzt reinlässt. Äh, Club betreten. Ah, sehr gut. Mr. Coen erwartet Ihre Partizipation in seiner Leistung. Das wird bestimmt ne super Darbietung. So, wer ist dieser Kollege Coen? Eine Art von Underworld-Figure? Wurde. Er ist ein Arzt. Ein Arzt, der Kinder schützt. Coens Muse ist ein bisschen mehr diverser. Ich habe diesen Typ gesehen. Er hat eine Idee in seinem Kopf und eine Konversation. Es ist egal, wer verletzt wird. Ähm. Was ist das hier bitte für ein Raum? Okay. Alter. Oh nein! Ein Hase! Alter, erschreckt mich doch nicht so. Meine Güte. Boah, die Hichteffekte sind schon geil. Oh mein Gott, ein Riesenbild von Sander Cohen. So, dann gehen wir doch mal nach unten. Weil hier oben gibt es ja anscheinend mal nicht so viel zu machen. Alter, wie malt denn der? Das ist dick. Meine Güte werden nicht bemerkt werden. Geh sie weg! Es wird keine Fehler auf meiner Kampagne geben. Oh, er ist also immer noch genauso abgedreht wie sonst auch. Und wo ist Elisabeth? Gut. Elisabeth darf mich nicht alleine lassen. Das kriege ich Angst. Woher gucke ich mich aber erst noch hier um? Die durfte mich auch schon im Hauptspiel nicht alleine lassen, die Elisabeth. Eine Hase mit roten Ohren. Oh, ich bin vom Teufel gesandt. Und werde ich nicht. Und werde ich töten. Nein. Okay. Ich will aber noch nicht zu Sander Cohen. Ich will mich erst noch mal hier außerhalb... Oh. 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 Da weint einer. Oh. Der arme. Der arme Sander Cohen. Naja. Ich muss dann vermutlich zu ihm hingehen und ihn trösten. In die Badewanne darf ich leider nicht reinsteigen. Sehr schade. Nein. Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ach doch, da hinten. Da ist eine Leiter. Äh, Treppe. Boah, ich dachte, es wäre das Spiel vorbei oder ich hätte das Spiel verkackt. Hallo. Kann man mit dir reden? Wer bist du? Name ist DeWitt. Ist das richtig? Warum? Dieser ist ein wirklicher Biskut. Ist er nicht ein Biskut, Frau? Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Fragen? Ja. 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 Es ist der Arbeit von man zu fragen. Es ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Es ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Aber es ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. So many children flit, 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 flit away. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Ja. Ich kann aber nicht tanzen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Das ist der Arbeit von der Artists zu fragen. Ich weiß. Ich weiß, wie die Lichter auf deiner Schmerzen schreien. Ein Mord wird ein Butterfly geworden. Aha, Errungenschaft freigeschaltet. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Are you alright? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty! To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your... young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Oh nein! Wir sind unterhalb vom Wasser! Frontanes! Frontanes. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontane had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. Alright. There's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Burial at sea. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. A black man! Don't get too comfortable. Keep your eyes open. Wir befinden uns jetzt hier also im Fontaines und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal eine kurze... So, äh, ja. Ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmal eine kurze Aufnahmepause machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, hier unten in Fontaines, wo es der Spaß richtig losgehen wird. Bis dahin. Tschüss.